Ihr geht vorbei und macht's! Jo, was geht ab Freunde mit hier am Start? Herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf PNTV. Ich bin nicht alleine, Patrick ist mit am Start. Und seit langem mal wieder! Die zwei Neuzugänge. Ah ja, das habt ihr gesagt Freunde. Wir haben heute die 5-Shot-Challenge. Kennt ihr vielleicht von den Freaky Cups. Wir werden es gleich nochmal genauer erklären. Auf jeden Fall kriegt der Verlierer oder die Verlierer auf den Arsch. Deswegen seid gespannt, lasst ein Like da. Falls ihr neu seid, abonniert den Kanal. Viel Spaß mit dem Video, würde ich sagen. So Janik, wie läuft das Ganze? Jeder hat 5 Schüsse. Der erste ist Elfmeter. Der zweite ist ein Freekick vom 16er. Dritter Schuss 1 gegen 1 gegen Meti. Und dann kommen noch 2 Bälle von hinterm Tor. Jetzt beispielsweise von Julian. Der erste Two-Touch und dann der letzte Volley ins Tor. Wenn's klappt. Wir machen 3 Durchgänge, wer die meisten gewinnt. Und der Verlierer klingt auf den Arsch. Let's go Janik! Elfmeter zuerst. Der hat Meti verladen. So, jetzt geht er zum Freekick. Legt sich Himalama gerade zurecht. Okay, der war daneben in den Boden. Jetzt kommt das 1 gegen 1 gegen Meti. Der Ball wird geholt. Aber er geht vorbei! Und macht ihn nicht rein mit dem Ramona! Jetzt kommt die Two-Touch-Challenge. Der Ball kommt von Julian geworfen. Einmal annehmen, dann abschließen. Auch vorbei! Was ist da los? Und jetzt kommt der Volley! Direktabnahme! Oha! Stark Meti! Okay, ein Tor für Janik. So Julian ist der nächste. Es gilt ein Tor von Janik zu schlagen in dieser Runde. Um sich den Punkt eventuell zu holen. Aber ich bin auch noch dran. Let's go Julian! Elfmeter zuerst. Oh, sicher! Innenpfosten rein, okay. Und läuft an beim Freekick. Und drüber. Weg, okay. Jetzt das 1 gegen 1. Meti kommt schon raus. Julian! Geht vorbei! Wird gehalten! Und macht ihn rein! Oh! Erster Touch! Zweiter! Oha! Boah! Der wurde aber ganz lang. So und jetzt kommt der Volley. Direktabnahme. Boah, stark! Drei Treffer für Julian. So Freunde, Patrick ist dran. Elfmeter. Fang an. Let's go! Oh, souverän! Oh, schließt er den flach da. Der rollt noch rein. Pass auf! 1 gegen 1. Meti kommt raus. Boah, geiler Trick! Oh! Zweiter Treffer! So, jetzt. Two Touch. Boah, nimmt den Kackel mit. Aber kriegt ihn noch aufs Tor. Hält er am Fuß. Jetzt. Volley Schuss. Boah! Ausgleich! Drei. Beide einen Punkt. Der Volley war echt krass. Der war nice, der Volley. Durchgang zwei von drei. Janik steht direkt unter Druck, weil wir beide schon einen Punkt haben. Janik, let's go! Fünf von fünf, sagst du. Ja komm, schieß! Elfmeter zuerst. Meti hast du Bruder! Oh, du warst fast dran! Konzentriert sich. Oha! Okay. 1 gegen 1. Ah! Meti kommt hoch! Nein! Oh, und der war daneben. Two Touch, der Ball kommt jetzt von Julian. Annahme. Mann! Dritter Treffer. Volley. Field Goal! Und der Ball ist weg. Julian ist an der Reihe. Es geht los mit dem Elfmeter. Let's go! Drei Treffer gilt es in dieser Runde zu schlagen. Oh! 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 Geil! Rechts oben. Er macht ihn nach links. Stark. 1 gegen 1. Oh! Miti! Ja! Stark, Miti! Oha! Der Ball ist weg. Und der Volley, Direktabnahme. Ja! Ja, Mann! Da ist das Luftloch! Hahaha! Zwei Treffer, okay. Julian auch nur zwei getroffen. Ich führe momentan mit drei. Der erste ist drinne. Ich brauche den Punkt. Yes! Da freue ich mich natürlich. Komm! 1 gegen 1. Es wird in der Haustu. Komm! Two Touch. Und? Oh, nimmt den gut an. Boah! Ja! Überragend! Wie hält der den jetzt? Wolli. Letzter Schuss. Und? Boah! Macht er gut! Macht er gut! Zwei Dinger, aber mein Punkt. Yes! Freunde, es hat jetzt jeder einen Punkt. Die dritte Runde wird jetzt richtig spannend. Letzte Runde bricht an. Janik fängt wieder an. Ich will nur sagen, der Verlierer kriegt auf den Arsch. Bitte, Miti, halt ihn! Nein! Fall nicht, ne? Ah, stark! Eins gegen eins. Komm, Miti, komm! Komm! Hol ihn! Hol ihn! Nein! Annahme! Oh, er lässt sich Zeit! Er lässt sich Zeit! Er geht auf Nummer sicher! Und der Volli? Oha! Miti, 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 Miti! Nimm doch die Hände hoch! Freekick! Alter, er spekuliert beim Elfmeter! Beim Freekick! Stark! Ey! Ne, 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 ne! No Goal! Okay, zählt nicht! Das Eins gegen Eins zählt nicht, weil nur ein Versuch. Two Touch! Er geht auf Nummer sicher! Aber hat ihn nicht reingemacht! Oha! Und dann kommt der Volli, Direktabnahme! Ja! Oh, jetzt wird's bitter! Jetzt muss ich noch treffen! Zwei Mal mindestens! Er braucht drei Treffer! Er braucht drei Stück! Boah! Freekick jetzt! Yes! Stark, Junge! Eins gegen Eins! Ja, den Held ist schon überragend! Ja! Ja! Er muss beide machen! Two Touch! Oh, nimmt er gut! Macht er souverän! Boah! Letzter! Der Volli! Der muss reingehen! Ja! Yes! Die! Zwei! Leute, Risiko wird nicht belohnt! Jetzt muss ich mit auf die Linie mit Julian! Bitte! Wer wollte mich tunneln? Habt ihr's gesehen? Habt ihr's gesehen? Scheiße! Also, ich darf jetzt hier das kommentieren. Yannick, was sagst du beim Sieg? Ich war glücklich! Ich muss treffen, Bruder! Der Sieg war überragend! Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch gewinne, ne? Dann push dich! Hör mal! Hör mal! Hör mal! Hör mal! Hör mal! Oha! Oha! Der ging ja mal voll drauf, Digga! Hör mal! Hör mal! Hör mal! Hör mal! Hör mal! Hör mal! Alter, mein Arsch tut weh! Mein Arsch tut weh! Mein Herz tut weh! Juge, Juge, Juge! Geil! Ja, Video ist vorbei! Daumen nach oben da lassen! Abonnieren! Bis zum nächsten Mal! Wir sind raus! Tschau!